Unsere Smartphones sind unsere täglichen Wegbegleiter. Durch sie sind wir immer mit der Welt verbunden. Durch sie ist die Digitalisierung in unserem Alltag angekommen. Navigationssysteme in Echtzeit, digitales Bezahlen an der Kasse gehören ganz selbstverständlich mit dazu. Die digitale Wirtschaft schreitet schnell voran. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir in unserer Stadt noch in manchen Bereichen in der digitalen Steinzeit stecken. Was in anderen Städten selbstverständlich ist, ist bei uns noch überhaupt nicht vorangekommen. Wir müssen da handeln. Ich möchte die Infrastruktur der Stadt in eine digitale Plattform überführen, auf der alle Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen eigene Lösungen entwickeln und anbieten können. Digitaler Behördengang, bargeldloses Bezahlen beim Parken oder auch das Verhindern von Staus. Stuttgart muss digitale Plattform werden. Stuttgart